Willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario World. Wir legen direkt los, Mortens Festung steht auf dem Programm. Die nehmen wir jetzt mal rasant ein. Mal sehen, was hier für Fallen auf uns warten. Vorsicht, Vorsicht und schnell hoch. Das lassen wir mal und gehen weiter. Schnell durch die Tür. Naja, hat er schöne Fallen aufgebaut. Der Lump. Aber da lassen wir uns nicht davon aushalten. Knochen trocken weg. Nächste Tür. Oh, und schon der Checkpoint. So, dann arbeiten wir uns jetzt mal nach da oben. Weiter geht's. Und da rüber. Und nun. Ah. Wunderbar. Schaffen wir das? Jawohl, schaffen wir auch. Knochen, Knochen trocken. Ja, das war der Knochen trocken. Da sah er noch ganz anders aus als heute. Heute ist er ja fast schon niedlich im Vergleich. So, und hier müssen wir uns beeilen. Genau, sonst sind wir Matsch. weg mit euch. Was ist hier? Nichts. Da klicken wir einfach hoch. Da rüber. Hui. Klappt. Wir kommen gut voran. Jawohl, da ist die rote Tür. Das heißt, Morten wartet schon auf uns. Und wir gehen direkt mal rein. Und gucken, was er zu bieten hat. Komm, wir mal einfach hoch. Man darf ihm keinen Spielraum lassen. Dann ist er ganz schnell down. Meiner Meinung nach einer der leichtesten Endgegner hier. Im Spiel. Im gesamten Spiel. So, der nächste Yoshi ist gerettet. Die Festung stampfen wir in den Boden. Morten Cooper Jr. aus der Festung Nummer 2 gehört in der Vergangenheit an. Der unterirdische Vanilledom liegt jetzt voraus. Welche Gefahren erwarten Mario und Luigi dort? Wie geht es der armen Prinzessin Toadsdom? Das und vieles mehr erfahren wir bald. Ja, der Vanilledom. Da machen wir aber nicht weiter. Wir gehen erst noch mal zurück. Und suchen einen anderen Weg. Ja, ja. Hier haben wir ja den grünen Schalterpalast aktiviert. Und hier hatten wir am Ende des Levels einen Secret entdeckt. Das aktivieren wir jetzt mal. Und überfliegen so weit wie möglich dieses Level hier. So. Weg mit dir. Ich würde gern wieder fliegen. Geht grad nicht. Zack. Den nehmen wir auch, falls was passiert, ne? Glück für sich schon. Na, ist das schon passiert? Yoshi, mach's gut. Vielleicht ist es sogar besser ohne ihn hier. Hui. Ach, Yoshi, da bist du ja wieder. Na ja, gut, dann nehme ich den Stopp. Wenn du dich schon so anbietest. Oh, verlässt du mich auch wieder. So. Hier, genau. Da kann der Yoshi springen. Das bringt uns aber recht wenig. Tschüss, Yoshi. Du bleibst hier. Ich renne hier hoch. Schlüssel und ab dafür. Weg frei. Wir gehen in den Seebaden. Let's go! Die friedliche Unterwasserwelt. Nur ein paar Fische. Münzenfische. Die auch noch schlafen. Und sich überhaupt nicht interessieren für uns. Wustekuchen. Weg mit euch. Oh nein. Vielleicht kriegen wir hier... Was kriegen wir da unten? Feuerblume. Ich weiß es gar nicht mehr. Tatsache. Hat mich die Erinnerung nicht gedrückt. Oh, das war unnötig. Den nehmen wir mit. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen, weil hier gibt es auch wieder einen geheimen Weg. Eben will ich es wissen. Eben will ich es wissen. Aber ganz genau will ich es wissen. So. Lässt der Fisch uns in Ruhe? Jawohl. Lässt uns in Ruhe. Wir müssen nämlich hier rein. Den Schlüssel nehmen. Und den nächsten geheimen Weg freischalten. Der zum Geisterhaus führt. Doch zuvor legen wir noch einen weiteren Weg frei. Nehmen ich den ganz normalen. Und stürzen uns als Mini Mario hier ins Level. Auch wenn das klappt. Wir müssen dezent vorsichtig schwimmen. Ja, ja. Wir schleichen uns hier durch. Da haben wir uns. Den können wir noch brauchen. Genau. Wir gehen auch mal hier oben rein. Was war denn hier eigentlich noch? Ach ja. Die Luftballonsause. Was gab es hier denn noch gleich? Gab es hier was Besonderes? Fragen über Fragen. Was ist hier? Ein leiterer Luftballon. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Kriegen wir den? Den kriegen wir. Und hier? Eine Feuerblume. Und damit stürzen wir auch. Naja gut. Hey. Wir haben hier nur Feuerblumen. Also. War ein wichtiger strategischer Zug. Für dieses Level. Schon werden alle Fischen zu Münze. Den nehmen wir. Da können wir schneller schwimmen. Und auch ein bisschen ungenauer. So. Schnell. Wir wollen zum Ziel. Na wow 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 wow. Hier ist viel los. Viel Fischverkehr hier. Egal. Ab ins Ziel. Denn der Schalter verwandelt sich in einen Pilz. Kommt uns zugute. Nimm ihn Mario. So sieht's aus. Und damit haben wir den Weg auch. Freigelegt. Wir gehen nochmal in die Top Secret Area. Und holen uns ein paar Upgrades. Yoshi nehmen wir diesmal nicht mit. Nein. So. Wollen wir da unten mal ins Geisterhaus. Interessant wär's ja schon. Ich glaub wir gehen mal wirklich ins Geisterhaus. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Keine gewagten Aktionen. Ich sag's noch. Ich fliege ihn zum Gewisser. Na doch nicht ganz. Überhaupt. So. Oh ja. Das war genau richtig. Hier zeichnet sich eine Münzentür ab. Ja. Wie war das noch gleich? Wo war der Ausgang? Erstmal hier hoch zum Schalter. Hm. Ich vermute durch diese Tür hier. Ja. Die Geisterhäuser sind meistens nicht sehr lange. Aber man muss halt den Trick des Geisterhauses kennen. Den Kniff. Hier konnte ich mich zum Glück noch dran erinnern. Aber auch hier gibt es einen geheimen Weg und sogar einen Bossgegner. Um den kümmern wir uns gleich. Zuerst gucken wir nochmal hier rein. Hier sind wir nämlich schon. Oder haben schon mal einen schönen Ausblick auf den letzten Abschnitt des Spiels. und Bowsers Festung. Ja. Da hinten fliegt er am Himmel. Den Level machen wir als nächstes hier. Dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Tipp für Touristen. Hmhm. Hmhm. Gleich haben wir wieder ein Leben. Noch eine Münze. Zack. Da ist eine Blume. Wofür die nochmal hin? Blume. Eine Ranke. Nicht eine Blume. Ein Stern. Der meinen Namen dreht. So. Viele Gegner. Höhen und Tiefen. Gefährliche Mancher. Wow. Da habe ich es wieder zu eilig. Zack. 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 Ziel. Ja, da strampelt er hier. Schnell voran, Mario. Wie? Wo führt uns das hin? Nach hier oben. Und wieder eine neue Route. freigelegt. So. Jetzt gehen wir, wie versprochen, nochmal ins Geisterhaus. Zum Boss. Zum Big Boss. Na los. Ich habe es heilig. Dankeschön. Mist. Mist. Ja. Wow. Na komm Bu. Geh mit dir. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. weiter den ausgerüst oh nein die feder ist vielleicht ein fehler die tür werden wir heute mal nicht beachten die hier auch nicht denn der boss der versteckt sich ganz woanders eine lanke führt nach oben zu einer neuen tür und da ist auch schon da oben steht wir nutzen die blöcke und klatschen die an seinen körper und seinen kopf der ganze körper ist so wir dürfen natürlich nicht zu tief buddeln nicht zu viele blöcke verspenden sonst fallen wir in die tiefe das war's schon drei treffer und wir triumphieren über den geist und legen damit den weg zur sternstraße frei da gucken wir aber nicht rein sondern jetzt gehen wir tatsächlich zum vanille dom holen uns aber noch eine feder das kann man ja gebrauchen feder ist immer gut schon mal erwähnt glaube ich vanille dom 1 das machen wir auf jeden fall noch hier wird sandig nein kann verheiratet so wie war das noch hier das müssen wir alles ein bisschen ignorieren stattdessen legen wir uns den weg mit dem panzer hier frei und verschwenden direkt mal die erste fehl war hier nicht irgendwas da war doch was ja man erinnert sich noch an solche kleinigkeiten da oben ist es gar nicht kommt man dahin schon egal machen wir später und nehmen die fehler die wir jetzt na nun sieht an der falle aus vorsicht dass wir nicht abheben fliegen könnte fatal sein das war unglück wie kommen wir jetzt da hoch so natürlich da können wir nicht lang dann gehen wir unten rum und hier weg vorsichtig agieren doch blöd tauschen ist hier noch was hier vorsichtig sein ich merke ich spreche schon wieder so voran da gehen wir hoch das sieht nach dem richtigen weg aus und da haben wir auch schon das ziel das war der vanille dom 1 der hat aber ja noch einen geheimen ausgang den haben wir eben kurz gesehen und dazu aber dann später mehr in einem anderen teil in einem anderen part bedanke mich an dieser stelle fürs zusehen habt noch einen schönen tag oder einen schönen abend und bis zum nächsten mal macht zu Tschüss, tschüss.